Psst, hey, guck mal hier, schau mal, das sieht ja aus wie im Petersdom. Hast du das gesehen? So beschreiben Touristen das runden Rotundenfresko, das im offiziellen Führer des Kapitols, wir das Volk, aufgeführt ist. Die Kuppel des großen Himmels. Willkommen zu einem neuen Video von Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Die Kuppel des großen Himmels oder im Englischen The Dome of the Great Sky. Teil 10 der Zusammenfassung des Buches Rulers of Evil, Herrscher des Bösen. Der Erzbischof John Hughes von New York segelte im Herbst 1851 nach Rom, kurz nachdem der Kongress die Ausgaben für die Vergrößerung des Kapitols bewilligt hatte. Hughes hatte den Grundstein der St. Patrick's Cathedral in Manhattan gelegt und hatte den Jesuiten dabei geholfen, die Fort Ham Universität in Westchester zu gründen. Nun half er ihnen dabei, das Innere des Kapitols zu dekorieren. In Rom machte der Jesuitengeneral John Rotan den Erzbischof mit Konstantino Bromidi bekannt, einem Künstler mit einer langen Liste von Empfehlungen. Bromidi hatte ein vielgepriesenes Porträt von Pio IX, also Papst Pius IX. gemalt, das vom Vatikan immer noch ausgestellt wird. Ein Bild der unbefleckten Empfängnis im kleinen Sanktuarium der Madonna del Arquetto, in der Via San Marcello, sowie die Restauration dreier Fresken aus dem 16. Jahrhundert im Vatikanpalast. Bromidi war gut. General Rotan war entschlossen, ihn zu Michelangelo Amerikas zu machen. Erzbischof Jus gab bekannt, dass Bromidi herzlich willkommen sei, mehrere Fresken in den Kirchen des New Yorker Bistums zu malen. General Rotan nahm es in Angriff, den Künstler des Vatikans, dem amerikanischen Egalitarismus, akzeptabel zu machen. Kurz nachdem der Erzbischof Rom verließ, um nach New York zu reisen, klagte der Vatikan Konstantino Bromidi wegen krimineller Machenschaften an. Angeblich hatte Bromidi während seiner Mitgliedschaft in der republikanischen Bürgerwehr unter Giuseppe Mazzini, dem italienischen Freimaurer, der kurz zuvor die vom Unglück verfolgte nationalistische Revolution gegen das Papsttum angeführt hatte, Verbrechen begangen. Diese Verbrechen sollten folgendes beinhalten. A. Die Weigerung, auf seine republikanischen Freunde zu schießen. B. Die Plünderung mehrerer Klößler. Und C. Die Teilhabe an einem Plan, die katholische Kirche zu zerstören. Taten, die gewiss angemessen waren, um sich den Willkommensgruß eines Helden im protestantischen Amerika zu sichern. Wenn man so von Rom verstoßen wird, wird man doch mit offenen Armen im protestantischen Amerika empfangen, nicht wahr? A. Der Architekt des unveröffentlichten Kapitoldossiers über Bromidi, das sich im Laufe des Jahres 1993 begutachten durfte, also Tappasorci hier, merkt an, dass, Zitat, mehrere gänzlich unterschiedliche Quellen darauf hinweisen, dass Konstantino Bromidi vermutlich selbst die Quelle von zumindest einigen dieser Legenden war. Ende Zitat Zwei Jahre später, am 28. Dezember 1854, weniger als drei Wochen nach Pio Nonos Dekret der Doktrin der unbefleckten Empfängnis, erschien Bromidi in dem Büro von Montgomery C. Meeks, dem bauleitenden Ingenieur des Kapitol-Erweiterungsprojekts. Das nicht publizierte Kapitol-Dossier über Bromidi berichtet, dass während die beiden Männer sich in gebrochenem Französisch unterhielten, Bromidi Meeks wie ein lebhafter alter Mann mit einer sehr roten Nase erschien, entweder durch die mexikanische Sonne oder durch zu viel französische Brandys. Das unmittelbare Ergebnis ihrer Unterhaltung war der Auftrag, ein Fresko zu zeichnen, das einen elliptischen Bogen an dem einen Ende von Meeks Büro bedecken sollte. Es war das erste Fresko, das jemals in den Vereinigten Staaten gemalt worden war, und für Bromidi war es das erste seit fünf Jahren. Das Fresko feierte den bevorstehenden Bürgerkrieg in der Sprache entsprechend der römischen Geschichte. Laut dem Bericht der Kommission zeigt es, Zitat, einen Senator, der nach Rom zeigt und an Cincinnati appelliert, seinem Land zur Hilfe zu kommen. Cincinnati, der römische Diktator des 5. Jahrhunderts vor Christus, würde zweimal zur Verteidigung Roms gerufen, das erste Mal vor fremden Eindringlingen und dann vor seinen eigenen, einfachen Leuten. Nun, was ist die Gesellschaft des Sincinnatus? Das ist etwas interessant, weil das habt ihr ja wahrscheinlich noch nie gehört. So geht es übrigens den meisten Amerikanern auch. Die Gesellschaft wurde nach Lucius Quinticus Sincinnatus benannt, der sein Farmland verließ, um eine Amtszeit als römischer Konsul anzutreten und als Magister Populi diente. Nun, Magister Populi, das ist vorübergehend ausgestattet mit Macht, die der Macht eines Diktators der Neuzeit oder eben eines Ministerpräsidenten eines Landes ähnlich ist. Er übernahm rechtmäßig diktatorische Kontrolle über Rom, um einem Kriegsnotfall zu begegnen. Als die Schlacht gewonnen war, gab er die Macht wieder an den Senat zurück, an den Senat und kehrte zurück, um seine Felder zu pflügen. Das Motto der Gesellschaft spiegelt die Ethik des selbstlosen Dienstes wider. Omnia Reliquid Servare Republicam. Er verzichtete auf alles, um die Republik zu retten. Am 19. Juni 1783 machte die Gesellschaft des Sincinnatus den Weißkopfadler zu ihrer Insignie und behaltet das sehr, sehr gut, weil der Adler kommt am Schluss dieses Kapitels noch einmal in sehr wichtiger Art und Weise beschrieben vor. Aber die Verbindung legt ihr bitte selber. Das muss ich ja nicht immer alles schon vorwegnehmen und sagen. Also am 19. Juni 1783 machte die Gesellschaft des Sincinnatus den Weißkopfadler zu ihrer Insignie. Es ist eines der ersten amerikanischen Symbole nach der Revolution und ein bedeutendes Stück amerikanischer Ikonografie. Der Weißkopfadler ist das zweite der offiziellen amerikanischen Embleme vom Stellenwert gleich nach dem großen Siegel der Vereinigten Staaten. Darüber sprachen wir ja in einem vorigen Kapitel. Die Insignie könnte aus dem gleichen Diskurs heraus entstanden sein, der auch das große Siegel hervorbrachte. Der Vorschlag, den Weißkopfadler als die Insignie des Sincinnatus zu verwenden, würde von Major Pierre L'Enfant gemacht, einem französischen Offizier, der im Jahre 1777 der amerikanischen Armee beitrat, im Ingenieurkorps diente und das erste Mitglied der Gesellschaft war. Er bemerkte, Im Jahr 1783 erhielt L'Enfant den Auftrag, nach Frankreich zu reisen, um die ersten Abzeichen mit dem Weißkopfadler basierend auf seinem Entwurf herstellen zu lassen. L'Enfant plante und erstellte später teilweise die Anordnung der Stadt Washington DC, wie wir bereits in einem früheren Kapitel gelernt haben. Das Medaillon zeigt auf der Vorderseite in der Mitte des amerikanischen Cincinnati-Adlers das Bild des Cincinnati-Adlers, der sein Schwert von römischen Senatoren erhält, und auf der Rückseite Cincinnati-Adlers an seinem Flug, wie er von einer Gestalt namens Feme, einer Verkörperung des Ruhmes, gekrönt wird. Die Farben der Gesellschaft, hellblau und weiß, symbolisieren den ewigen Bund zwischen den Vereinigten Staaten und Frankreich. George Washington wurde zum ersten Präsidentgeneral der Gesellschaft Cincinnati gewählt. Er diente vom Dezember 1783 bis zu seinem Tode im Jahre 1799. Der zweite Präsidentgeneral war Alexander Hamilton. Nach Hamiltons Tod aufgrund eines Duells mit Aaron Burr wurde Charles Colesworth Pinckney der dritte Präsidentgeneral der Gesellschaft. Im Jahr 1808 kandidierte er erfolglos für das Präsidentenamt der Vereinigten Staaten gegen James Madison. Mitglieder waren ebenfalls namhafte militärische und politische Führer, darunter 23 Unterzeichner der Verfassung der Vereinigten Staaten. Als sich die Neuigkeit der Gründung der Gesellschaft verbreitete, publizierte Richter Aedanus Burke mehrere Pamphlete unter dem Pseudonym Cassius, mittels derer er die Gesellschaft bezichtigte, einen Versuch zur Wiederherstellung des alten erblichen Adelsstandes in der neuen Republik Amerika zu sein. Und ich füge einen Link über die Beschreibung der Gesellschaft des Cincinnati in die Beschreibungsbox des Videos mit ein. Das könnt ihr euch da anschauen. Also haben wir jetzt gerade ein wenig darüber gelernt, was die Gesellschaft von Cincinnati war. Und dann gehen wir jetzt weiter in der Zusammenfassung, die der Andreas so schön für mich übersetzt hat. Gleichermaßen verteidigten amerikanische Helden ihr Rom zunächst gegen britische Invasoren und waren nun dabei, ihr gleiches Rom gegen die eigenen, sich abspaltenden Staaten zu verteidigen. Also der Cincinnati wurde nach Rom gerufen und hat Rom verteidigt. Und nun waren gleichermaßen verteidigten amerikanische Helden ihr Rom, denn Washington hieß ja Rom früher. Bis 1663 kann man das ja in den Papieren der Landesgesellschaft noch zurückfinden. Ja, verteidigten ihr Rom erst gegen britische Invasoren, so gesagt. Ja, und waren nun dabei, ihr gleiches Rom gegen die eigenen, sich abspaltenden Staaten zu verteidigen. Der Bürgerkrieg. Prometi vollendete das Fresko des Cincinnati im März 1855 im Auftrag von Meeks. Und Meeks schlug verschiedene Kongressabgeordnete ein, äh, lud, was habe ich denn gesagt hier? Meeks lud verschiedene Kongressabgeordnete ein, um es sich anzuschauen. Sie waren beeindruckt. Thomas Hugh Walter, den wir auch schon vorher kennengelernt hatten, war hoch erfreut. Am 20. März genehmigte Jefferson Davis den Cincinnati's und autorisierte Meeks, einen festen Gehaltsvertrag mit Bromidi zu verhandeln. Die lebenslange Karriere des Konstantino Bromidi als Dekorateur des Kapitols begann mit einem Gehalt von 8 Dollar pro Tag. Sein Vertrag erlaubte es ihm, andere künstlerische Projekte anzunehmen, aber er durfte Washington nicht verlassen. Im November 1855 begann er ein Leinwandbild der heiligen Jungfrau Maria für die jesuitische St. Ignatius-Kirche in Baltimore, war aber am 4. Dezember bei dessen Installation, deren Anlass das Fest der unbefleckten Empfängnis war, nicht anwesend. Im Sommer des Jahres 1862, als Thomas Crawfords Statue der Freiheit der Persephone, die auf dem Kapitol errichtet werden sollte, in der Millsgießerei gegossen wurde, schrieb Thomas Hugh Walter an Bromidi und bat ihn etwas Monumentales, als echtes Fresco zu malen, um die 4.664 Quadratfuß große Oberfläche im Inneren des Kapitoldoms zu bedecken. Ne, also wir gießen gerade in der Millsgießerei die Statue von Persephone, Freiheit, Himmelskönigin Semiramis, die außen auf dem Kapitol, auf dem Dom, obendrauf stehen soll. Und jetzt schreibt Thomas Hugh Walter an Bromidi und bittet ihn, ein monumentales, echtes Fresco, um die 4.664 Quadratfuß große Oberfläche im Inneren des Kapitoldoms zu bedecken. Außen die Figur Friedem, innen das Fresco von Bromidi. Drei Wochen später übermittelte Bromidi Entwürfe von etwas, dass er die Apotheose des Washington betitelte. Das Wort Apotheosis wurde gewöhnlich so verstanden, wie es von Webster's Dictionary des Jahres 1828 definiert worden war. Und in die deutsche Sprache übersetzt steht dort, im Webster's 1828 Dictionary, das kann man sich online raussuchen. Zitat Endes Zitat Walter antwortete ekstatisch auf die Apotheose, indem er dem Künstler schrieb, dass Zitat »Kein Bild auf der ganzen Welt sich mit diesem in seiner Größe wird messen können«. Ende Zitat Er lobte den Entwurf vor dem ehrsamen Meister und Beauftragten für Gebäude Benjamin French als vermutlich das Größte und Eindrucksvollste, das jemals auf der Welt geleistet worden war. French stimmte enthusiastisch zu und fügte an, dass der Innenminister ebenfalls schwer beeindruckt war. Die endgültige Bestätigung für die Apotheose zu einem Preis von 40.000 Dollar kam am 11. März 1863 zustande, genau zu dem Zeitpunkt, als die unbefleckte Jungfrau auf ihren vorübergehenden Sockel in den östlichen Außenanlagen des Kapitols platziert wurde. Frustrierende Verzögerungen bei den Arbeitskräften hielten das Freske laut offiziellen historischen Aufzeichnungen bis zum Dezember 1864 im Schwebezustand. Am 9. April 1865 fiel Richmond und die Konföderierten ergaben sich General Ulysses S. Grant. Weniger als eine Woche später, am Nachmittag des 14. April, schrie einer der bekanntesten Schauspieler des Landes, John Wilkes Booth, im Ford's Theater, während eines vergnüglichen Moments des Lachens, einen Schwur heraus, der die Befreiungstheologie Kardinal Robert Bellarmines zusammenfasste. SIG SEMPER TYRANNES Immer geschehe dieses mit Tyrannen. Mit dieses ist gemeint der Tod. Und er schoss eine Kugel in den Kopf vom Präsident Abraham Lincoln. SIG SEMPER TYRANNES ist ebenfalls das Motto von Virginia, der nun als Staat in Rebellion betrachtet wurde. Könnte Booths Schrei dazu gedacht gewesen sein, der Ermordung das Aussehen eines offiziellen Aktes der Konföderierten zu verpassen? So wie es Lee Harvey Oswalds oft erwähnte Sympathie für Kuba, der Ermordung Kennedys zunächst das Aussehen einer kommunistischen Rache gab? Die Illusion der offiziellen Verantwortlichkeit der Konföderierten für die Ermordung des geliebten Präsidenten rechtfertigte die wohldurchdachte grausame Rache, die den Südstaaten durch die föderale Regierung unter der Jurisdiktion von Washington D.C. zugefügt wurde. Die Unterlegenheit der Staaten gegenüber dem föderalen Rom drückt sich im Flaggengesetz aus. Wo auch immer Staatsflagge und Nationalflagge zusammenwehen, ist die nationale stets höher angebracht. John Wilkes Booth hatte mit sieben Personen Umgang gepflegt, die weniger als einen Monat nach der Ermordung vor Gericht gestellt wurden. Es war kein ziviler Prozess, sondern ein spezielles elf Mann umfassendes Militärtribunal, das vom Präsident Andrew Johnson einberufen worden war und die sogenannte Hunter-Kommission genannt wurde. Der verteidigende Anwalt legte Einspruch gegen die Kommission ein, in dem er argumentierte, dass militärische Jurisdiktion nicht für Zivilisten gelte und die Vorgehensweise daher der Verfassung widerspreche. Der Einspruch wurde abgelehnt und der Prozess ging weiter. Innerhalb von sieben Wochen befand die Kommission, eine Zweidrittelmehrheit, nicht Einstimmigkeit, wie sie von einer zivilen Jury gefordert wird, vier der Verschwörer für schuldig. Am 7. Juli 1865 wurden diese gehängt. Charles Chenequie, der exkommunizierte Priester, den Lincoln während seiner frühen juristischen Karriere erfolgreich verteidigt hatte, sollte das religiöse Element des schrecklichen Dramas, also der Ermordung, von Präsident Lincoln aufdecken. Er und ein paar andere. Und das, kann ich euch sagen, ist eine sehr interessante Geschichte, die Ermordung von Präsident Lincoln. Es gibt da einerseits das Buch von Charles Chenequie, 50 Jahre in der Kirche von Rom, das es auch in Deutsch anscheinend gibt, habe ich vernommen. Und ich werde mal sehen, ob ich das jemals die Gelegenheit bekomme, zu lesen auf meinem Kanal. Es gibt die Arbeit von dem, den treffen wir jetzt hier auch gleich noch, kommen wir jetzt gleich noch gegen, Harrison heißt er, glaube ich, das ist ein ehemaliger, Thomas M. Harris, also der ist, der hat ein Buch geschrieben, ein Brigadegeneral, das war es, ich wusste ja, Brigadegeneral, Thomas M. Harris, der hat ein Buch geschrieben über die Hintergründe der Ermordung des Präsidenten Abraham Lincoln und dann gibt es noch Burke McCarthy, glaube ich, eine Frau, die ebenfalls ein Buch geschrieben hat über die Hintergründe der Ermordung Präsident Lincolns. Und etwas, was ich jetzt hier nicht mit reingenommen habe, aber was ich euch gleich mal erklären werde, ein wenig später, da muss ich mir nur eben eine kleine Note dazu machen. So, nachdem ich mir das notiert habe, können wir hier weitergehen, aber das ist schon sehr, sehr interessant. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Nun, also Charles Chenequie, der exkommunizierte Priester, den Lincoln während seiner frühen juristischen Karriere bereits erfolgreich verteidigt hatte, sollte das religiöse Element des schrecklichen Dramas aufdecken, weil dieses Attentat an Abraham Lincoln war ein Attentat, war eine Tat mit einem religiösen Hintergrund. Aber das wird einem ja nie erzählt, ne? Aber das wurde während des Prozesses sorgfältig vermieden, dass man halt das religiöse Element aufdeckt. Das religiöse Element, die Tatsache, dass alle sieben Verschwörer überzeugte römische Katholiken waren, wurde sorgfältig vermieden von demjenigen, der den Prozess kontrollierte. Als Oberbefehlshaber der Streitkräfte war es Johnson persönlich, der so ziemlich verfassungsgemäß über die Hunter-Kommission bestimmte. Aber Johnson war ein Freimaurer, was bedeutet, dass er den Weisungen, Anordnungen des unbekannten Vorgesetzten folgte. Dass er den Weisungen und den weisen Anordnungen des unbekannten Vorgesetzten folgte. Demnach war die tatsächliche Macht hinter der Hunter-Kommission Jesuitengeneral Peter Jean Bex, ein relativ junger Belgier, der ein großer Favorit von Pio IX, Papst Pius IX, war. Das einzige Oberhaupt des Staates, das die südliche Konföderation des Charles Chinequi als einen souveränen Nationalstaat anerkennen würde. Präsident Johnson gehorchte dem Willen von General Bex, als er eine Executive Order erließ, den Gerichtssaal für die Presse zu verschließen. Am Ende eines jeden Tages sollten offizielle ausgewählten Reportern der Associated Press sorgfältig bewertete Neuigkeiten zuteilen, um das religiöse Element aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit fern zu halten. Charles Chinequi untersuchte die Ermordung unermüdlich. Nachdem die Verschwörer hingerichtet worden waren, ging er unerkannt nach Washington und fand heraus, dass kein einziger Regierungsangehöriger mit mir darüber sprechen wollte, auch als ich mein ehrenhaftes Versprechen gab, niemals ihre Namen zu nennen. Ich erkannte mit tiefer Verzweiflung, dass der Einfluss Roms fast vollständig war in Washington. Ich fand nicht einen Staatsmann, der es wagte, diesem schändlichen Einfluss entgegenzutreten und ihn niederzuschlagen. Wow! Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn ihr Toms Lesung des Buches The Global Vatican folgt, dann erkennt man hier, dass in dieser Lesung alles bestätigt wird, was bereits in den frühen 1860er Jahren bekannt war. Charles Chenequay schreibt, Ich erkannte mit tiefer Verzweiflung, dass der Einfluss Roms fast vollständig war in Washington. Ich fand nicht einen Staatsmann, der es wagte, diesem schändlichen Einfluss entgegenzutreten und ihn niederzuschlagen. Das war in den frühen 1860er Jahren. Glaubt ihr, die Situation hat sich im Lauf der letzten 150 Jahre in der Hinsicht verbessert oder ist sie eher noch schlimmer geworden? Einer der Offiziellen sagte zu ihm, Es geschah nicht durch Feigheit, wie Sie denken könnten, sondern durch eine Weisheit, die Sie anerkennen sollten, wenn Sie diese schon nicht bewundern können. Wenn es nicht eine Zensur gegeben hätte und ein bisschen mehr Druck auf die Zeugen ausgeübt worden wäre, wären viele Priester kompromittiert worden, da Mary Surrattes Haus, das war eine der Fürverschwörer, ihr üblicher Treffpunkt war. Es wären höchstwahrscheinlich mehrere von ihnen gehängt worden. 30 Jahre nach der Ermordung publizierte Brigadegeneral Thomas M. Harris ein kleines Buch, das enthüllte, dass es sich bei der Ermordung von Lincoln tatsächlich um einen Mordplan der Jesuiten handelte, um eben einen protestantischen Führer zu beseitigen. Genau das, was die Jesuiten in ihrem Eid auch erzählen. In dem Eid gibt es ein Zitat und da komme ich ja mal darauf hin, wenn ich irgendwann mal den Eid schön in Deutsch ganz lesen kann. Hoffe ich doch, irgendwann mal das machen zu können, habe ich auch schon öfter gesagt und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es auch irgendwann mal passiert. Aber es gibt ein Stück in diesem Eid, den ich euch mal eben kurz vorlesen möchte. Das kommt ganz am Anfang drin vor. Aber ich muss es nur mal eben finden und mache mir mal eben kurz auf die Suche hier. Das kam in meiner Lesung von dem Buch von Alberto Rivera vor, Die Heiligen Väter. Habt ihr ja vielleicht geschaut, die Videos. Ich meine, das ist ja in der dritten Lesung, dass es da vorkommt. Es geht um die Inschrift Inri. In römisch-katholischen Kirchen, wenn man ein Kreuz sieht, an dem Jesus hängt, weil die nehmen ihn ja nie vom Kreuz ab. Jesus muss ja immer weiter leiden und wird immer wieder von der römisch-katholischen Kirche ermordet. Das ist ja eine andere Sache. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Aber in römisch-katholischen Kirchen findet man ja meistens diesen Einschrift I-N-R-I, diese Einschrift auf dem Kreuz. Und sie sagen euch, das heißt Jesus Nazarenius Rex Juda Aureum. Mit anderen Worten Jesus von Nazareth, der König der Juden. Nun, in der Bibel steht das ganz anders drin. Ich meine, da muss man ja nun gar nicht groß diskutieren. In Johannes 19 Vers 19 steht Jesus der Nazareer, der König der Juden. Schaut euch die Bibel an, so steht das da drin. Nicht abgekürzt I-N-R-I, nein, im Gegenteil. Es steht in der Bibel sogar deutlich drin, dass es in drei Sprachen Hebräisch, Römisch und, jetzt weiß ich die dritte Sprache eben nicht mehr, in Griechisch glaube ich, in diesen drei Sprachen da drauf stand, über das Kreuz, wo Jesus draufgenagelt wurde. Aber was bedeutet I-N-R-I denn wirklich, wenn es nicht Jesus Nazarenius Rex Judaareorum heißt, was euch immer gelehrt wird. Es steht für I-Iustrum Necar Reges Impios und das heißt sinngemäß, es ist gerecht, dass wir gottlose Könige, Führer, Regierungen vernichten. Es ist gut, protestantische Könige oder Führer zu zerstören. Es ist rechtens. I-Iustrium Necar Reges Impios Das steht für INRI. Und warum ist das so wichtig? Weil wir hier gerade gelesen haben, dass 30 Jahre nach der Ermordung publizierte Brigadegeneral Thomas M. Harris ein kleines Buch, das enthüllte, dass es sich bei der Ermordung von Lincoln tatsächlich um einen Mordplan der Jesuiten handelte, um einen protestantischen Führer zu beseitigen. I-N-R-I Es ist gerecht, dass wir gottlose, weil eben nicht katholisch, Könige, Führer oder Regierungen vernichten. Es ist gut, protestantische Könige oder Führer zu zerstören. Das ist Teil in ihrem Eid und deswegen kann man ganz leicht die Verbindung zu den Jesuiten legen. Harris führte aus, Zitat, Es war eine wohlbekannte Tatsache, dass es sich bei dem Hauptquartier der Verschwörung um das Haus einer römisch-katholischen Familie handelt, von der Mrs. Mary E. Surratt der Kopf war und alle seine Bewohner inklusive einer gewissen Anzahl von Untermietern überzeugte Mitglieder der römisch-katholischen Kirche waren. Dieses Haus war ihr Treffpunkt, der Hauptversammlungsort von Booth und seinen Mitverschwörern inklusive Mrs. Mary E. Surratt und ihrem Sohn John H. Surratt, der neben Booth das aktivste Mitglied der Verschwörung war. Ende Zitat Kommissionsmitglied Harris berichtet weiterhin, dass Mary Surratt's Sohn John drei Jahre lang ein Spion der Konföderierten gewesen sei, wobei er als Träger von Depeschen zwischen Washington und Richmond und von Richmond nach Kanada zurück hin und her fuhr. John Surratt's Mentor während dieser Zeit war ein Jesuit, Vater B.F. Wiggit, Präsident des Gosanga College und Priester, der für seine Sympathie für die Konföderierten bekannt war. John Surratt stellte Vater Wiggit seiner Mutter vor und er wurde zu Mary Surratt's Beichtvater und spirituellem Leiter. Vater Wiggit gab ebenfalls die spirituelle Richtung für den berühmten John Wilkes Booth vor, der ihm spirituell zugetan war, obwohl er ein Trinker, ein Wüstling und völlig gleichgiltig gegenüber Angelegenheiten religiöser Art war. Der trickreiche Jesuit, der mit Booth hinsichtlich seiner politischen Ansichten sympathisierte und hinsichtlich der Hoffnung unsere Regierung zerstören zu können, wie die Konföderation zu etablieren, war in der Lage, ihn zum Katholizismus konvertieren zu lassen. Ein belastbarer Beweis dieser Konvertierung wurde am Körper des Attentäters gefunden. Bei der Untersuchung von Booth nach seinem Tod fand man heraus, dass er eine katholische Medaille unter seiner Weste über seinem Herzen trug. Bei dem Verschwörungsprozess bescheinigte Vater Wigget Mary Elizabeth Sred einen guten christlichen Charakter. Sogar unter der Annahme, dass sie eine Komplizin bei dem Attentat war, konnte Wigget als ein Jesuit aufrichtig sagen, dass Sred ein guter Christ war, indem er ganz einfach geistige Reservationen anwandte, dass a. er mit Christ römisch-katholisch meinte, b. dass gemäß dem Direktorium Inquisitorum jeder einen Ketzer töten darf, und c. dass Präsident Lincoln in doppelter Hinsicht ein Ketzer war. Durch seinen Protestantismus und da er erfolgreich einen ex-kommunizierten Priester Charles Chiniqui verteidigt hatte. Nun werden einige Leute von euch vielleicht aufgehorcht haben und sagen, von Direktorium Inquisitorum was erzählt der Jörg denn da? Da mache ich dann mal einen kurzen Kommentar drüber. Bezüglich des Direktorium Inquisitorum Es ist eine Zusammenfassung des Direktorium Inquisitorium übersetzt durch JP Calendar in 1838 Und wie der Name sagt Inquisitorium es geht halt um die Inquisition also es geht darum, dass man hier ein Direktorium für die Inquisition erlässt. Was sind eigentlich die zwischen Anführungszeichen rechtlichen Füße auf denen die Inquisition steht? Was darf und was darf nicht? Was darf nicht? Das ist eine gute Frage. Schauen wir doch mal eben in diese Übersetzung von JP Calendar von 1838 rein. Sanfte Gemüter zieht euch warm an. Zitat Derjenige ist ein Ketzer, der nicht daran glaubt, was die römische Hierarchie lehrt. Und wenn wir hier über Ketzer sprechen, dann wollt ihr vielleicht ja auch gerne mal wissen, was ist eigentlich ein Ketzer? Wo kommt das Wort her? Nun, da lese ich aus einem anderen Buch ein Zitat vor. Und welches Buch das ist, sage ich jetzt nicht, weil das lese ich gerade und soll ja eine Überraschung bleiben. Aber ich habe da schon viel rausgelesen. Der war während hier war das Tudor war da mit der Platz als Fleischmarkt bekannt. Ende Zitat. So also eine offizielle Erklärung von was Ketzer sind. Und wie hier eben auch, derjenige ist ein Ketzer, der nicht daran glaubt, was die römische Hierarchie lehrt. Wenn ich nicht der römisch-katholischen Kirche glaube, wenn ich mich nicht der römisch-katholischen Hierarchie unterstelle, wenn ich nicht glaube und befolge, was der Papst sagt, dann bin ich ein Ketzer. Nun, im Zweiten Vatikanischen Konzil 1962-65, seitdem wurde der Name Ketzer und auch das Wort Heretiker nicht mehr gebraucht. Jetzt sagen sie, wir sind getrennte Brüder. Nur, weil ich der Katze einen anderen Namen gebe, bleibt es immer noch eine Katze. Nur weil ich einen Ketzer nicht mehr Ketzer nenne, bleibt es immer noch ein Ketzer. Weil ich mich nicht Rom unterstelle, weil ich nicht daran glaube, was die römische Hierarchie lehrt, bleibe ich ein Ketzer, ob sie mich Ketzer nennen oder getrennter Bruder. Das ist Wurscht. Das Prinzip bleibt dasselbe. Ich bin und bleibe für Rom ein Ketzer. Und das Direktorium Inquisitorium geht genau darum, was passiert mit solchen Leuten. Ein Ketzer verdient den Schmerz des Feuers des Evangeliums, der Kanons, des bürgerlichen Gesetzes und der Sitten. Ketzer müssen verbrannt werden. Für den Verdacht der Ketzerei allein ist diese Reinigung gefordert. Magistrate, die sich weigern, den Schwur der Verteidigung des Glaubens anzunehmen, sollen der Ketzerei verdächtigt werden. Kriege können durch die Autorität der Kirche begonnen werden. Regimini militantis ecclisial, die Aufrichtung des Ordens der Jesuiten. Ablass für die Gesamtheit der Sünden soll nur denen erteilt werden, die sich dem Kreuz der Verfolgung von Ketzern angeschlossen haben. Jeder, jeder darf einen Ketzer töten. Wer einen Ketzer hintergeht, der soll dafür belohnt werden. Ketzer dürfen dazu gezwungen werden, sich zum römischen Glauben zu bekennen. Zum Beispiel durch Folter. Ein Ketzer, der schließlich an allen Orten sündigt, soll auch überall gerichtet werden. Ketzer müssen gesucht, gemaßregelt und ausgelöscht werden. Für Ketzer gelten weder Recht noch Gerechtigkeit. Die Güter von Ketzern gelten als konfisziert durch die Verübung ihrer Verbrechen. Der Papst kann neue Artikel des Glaubens erlassen. Definitionen des Papstes und der Konzile gelten als unfehlbar. Inquisitoren dürfen Zeugen foltern, um die Wahrheit zu erfahren. Es ist löblich, diejenigen eines jeden Standes zu foltern, die sich der Ketzerei schuldig gemacht haben. Der Papst hat Macht über alle Ungläubigen. In Fidels. Die Kirche möge Krieg mit den Ungläubigen führen. Ist das nicht auch das Credo des Islam? Diejenigen, die besonders verdächtig erscheinen, sollen als Ketzer angesehen werden. Wer keine Auskunft über Ketzer erteilt, möge als verdächtig erachtet werden. Inquisitoren sollen es Ketzer erlauben, als Zeugen gegen andere Ketzer aufzutreten, aber nicht zu ihren eigenen Gunsten. Inquisitoren mögen die Namen der Informanten, Zeugen und Ankläger nicht veröffentlichen. Ketzer, die bereit sind zu büßen, sollen für immer eingesperrt werden. Inquisitoren sollen ihre eigenen Ausgaben und die Löhne ihrer Angestellten aus den Besitztümern der Ketzer bestreiten. Inquisitoren kommen in den Genuss eines Plenarablasses. Das ist eine vollständige Vergebung der Sünden durch den Papst. Und zwar zu jeder Zeit während ihres Lebens und nach dem Tode. Und wie ich bereits sagte, seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil nennt man Ketzer oder Heretiker getrennte Brüder. Die Bezeichnung ist verändert, die Behandlungsmethoden sind jedoch unverändert. Die Inquisition nennt sich ja heute auch die Kongregation für den Glauben. Und der deutsche Papst Ratzinger war 25 Jahre Vorsitzender eben dieser Glaubenskongregation. Aber die Abteilung hat deswegen immer noch denselben Job. Die Bezeichnung ist verändert. Die Behandlungsmethoden sind jedoch unverändert. Ein Beispiel hierzu ist mein zweisprachiges Video vom Konflikt zur Gemeinschaft. Das sollte man gesehen haben. Schaut euch das an. Ist heute 9. Oktober und das ist nochmal ein paar Tage alt. Also Anfang Oktober habe ich das hochgeladen. Vom Konflikt zur Gemeinschaft. From Conflict to Community. Bilingual heißt das Video. Es fängt an mit 9 Minuten 20 Deutsch und geht danach weiter und erklärt dasselbe nochmal kleine 10 Minuten in Englisch. Ein zweisprachiges Video. Wir werden ja aber sehen, was passiert, wenn das 500-jährige Reformationsjubiläum vorbei ist. Ob dann nächstes Jahr, ab 31. Oktober 2017, die Daumenschrauben sowohl real als auch virtuell wieder angezogen werden. Die Inquisition hat ihren Namen verändert. Ihre Funktion ist jedoch dieselbe. Rom verändert sich nie. Aber letztendlich behütete Mary das Nest, in dem das Ei ausgebrütet wurde. Also Mary Surat. Wie es Präsident Johnson es sagte. Und so wurde sie gehängt. Die Bedingung für ihre Todesstrafe war eine Verfügung, dass ein Begnadigungsgesuch angehängt würde und an Präsident Johnson gesendet würde. Jetzt wird es interessant. Am Tag der Exekution, am 7. Juli 1865, hatte Surats Tochter Anna noch nichts vom Präsidenten gehört. Bestürzt erschien sie vor dem Weißen Haus, um ihn um Gnade zu ersuchen. Zwei Regierungsangehörige stellten sich ihr in den Weg. Preston King und Senator James Henry Lane verweigerten ihr den Zugang zum Präsidenten, der später erklärte, dass er nie ein Gnadengesuch erhalten hatte. Im folgenden November ertrank Preston King, wobei sein Körper mit Gewichten beschwert worden war. Im März erschoss sich Senator Lane selbst. Das Urteil eines modernen Forschers lautet, Zitat, Offensichtlich war eine oder waren mehrere Personen fest entschlossen, Mary Surat nicht am Leben zu lassen. Und diese Personen wurden danach anscheinend verselbstmordet. Wenn man beim Schwimmen ertrinkt, weil man Gewichte an den Füßen hat. Ja, und dass sich einer so gesagt selbst erschossen hat, gibt es ja auch genügend Beispiele, dass das eben oftmals ein Erschossen war und zwar nicht von sich selbst. Jedenfalls kurz danach traf der Supreme Court eine Grundsatzentscheidung, der für alle Verschwörer zu dem Gewinn eines Prozesses mit Jury geführt hätte. Einseitig erklärte Milligan, dass Militärgerichte keine Jurisdiktion über Zivilisten haben. Milligan bezeichnete den Tod von Mary Surat durch die Hände von Protestanten eine Aura der Tragödie und katholischen Märtyrertums. Na, da müssen wir ja vielleicht nur noch mal ein paar Jahre warten, bis vielleicht diese arme Mary Surat auch noch mal selig oder sogar heilig gesprochen wird. Nö. Charles Chiniqui beschaffte eine wichtige Zeugenaussage, die den weit verbreiteten Verdacht einer jesuitischen Verantwortlichkeit für die Ermordung bestätigte. Er erhielt von Reverend Francis A. Conwell, Kaplan des 1. Regiments Minnesotas, eine geschworene eidesstattliche Aussage, dass er am 14. April 1865 in St. Joseph in Minnesota den Veranstaltungsort eines katholischen Priesterseminars besuchte. Reverend Conwell gab den Schwur ab, dass der Seminarleiter, ein Lagerarbeiter mit dem Namen J. H. Linneman, ihm und einem anderen Besucher, Mr. H. P. Bennett, etwa um 6 Uhr abends sagte, dass Präsident Lincoln, Zitat, soeben ermordet worden sei, Ende, Zitat. Am nächsten Tag reiste Reverend Conwell zehn Meilen zu der Stadt St. Cloud. Sobald er angekommen war, fragte er den Hotelier, Mr. Harworth, ob er irgendwelche Nachrichten über die Ermordung des Präsidenten gehört hatte. Mr. Harworth hatte nichts gehört, da St. Cloud weder über eine Eisenbahnanbindung noch einen Telegrafen verfügte. Am nächsten Morgen, dem 16. April, wurde Reverend Conwell auf seinem Weg zu seiner Predigt in der Kirche die Kopie eines Telegramms übergeben, das mit der Postkutsche aus Enoca in Minnesota ankam. Das Telegramm gab bekannt, dass Präsident Lincoln am Freitagabend ungefähr um 9 Uhr ermordet worden war. Was hatte der Bennett um 6 Uhr am Tag zuvor gesagt? Dass Lincoln eben ermordet worden sei. Am Freitagabend um 9 Uhr wurde er ermordet, sagt das Telegramm den Tag darauf. Drei Stunden Diskrepanz? Am Montagmorgen des 17. eilte Reverend Conwell nach St. Paul und teilte der Zeitung mit, dass er in St. Joseph über die Ermordung Präsidenten Lincoln bereits drei Stunden bevor dieses Ereignis stattfand, informiert worden war. Die Zeitung druckte seine Aussage ab. Zitat Die Erwartung dieser Durchführung begeisterte sie so sehr, dass sie sich nicht zurückhalten konnten. Es herumzuerzählen als eine großartige Neuigkeit. Jetzt muss ich nochmal einen kurzen Kommentar abgeben. Nachdem der Fall Abraham Lincoln in Amerika verhandelt wurde vor dem Gericht, hat die damalige amerikanische Regierung da eine Konsequenz rausgezogen. Aufgrund dessen, dass es erwiesen war, dass die römisch-katholische Kirche auch mit Zutun der Jesuiten verantwortlich war für den Tod ihres Präsidenten Abraham Lincoln, dafür hat die amerikanische Regierung damals die diplomatischen Beziehungen mit der sogenannten Holy See, mit dem Vatikan, abgebrochen. Diese diplomatischen Beziehungen wurden wann wieder aufgenommen? Geht mal zurück zur ersten Lesung, Herrscher des Bösen. 1984 unter Ronald Reagan. Da wurden die Beziehungen wieder aufgenommen. Zwischen 1867 und 1984 gab es keine offiziellen diplomatischen Verbindungen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und dem Vatikan. Und Tom Fress geht auf diesen Zustand auch in The Global Vatican in verschiedenen Sendungen sehr interessant und tiefgehend drauf ein. Wie gesagt, wer Englisch kann, dem kann ich nur anraten, sich das anzuschauen. Fahren wir im Buch fort. Währenddessen, während der Ermordung Lincolns und ihrer Konsequenzen, trug der Künstler des Vatikan, Konstantino Brumidi, zusammen mit 70 französischen und italienischen Künstlern gefärbten Mörtel auf die Überdachung der Kuppel des Kapitols auf. Sie waren noch bei der Arbeit, als sich am 4. Dezember 1865 der 39. Kongress zu seiner ersten Sitzung traf. Das Gerüst wurde nicht vor dem folgenden Januar abgebaut. Als es dann geschah, waren die Betrachter von Ehrfurcht ergriffen durch das, was sie erblickten. Brumidi hatte das Dach des Zentrums der amerikanischen Legislative mit einer glorreichen Darstellung eines Panoramas aus dem sechsten Buch der Aenis des Vergil gekrönt, in dem Aenas, blinder Vater, Antjeses, eine Novus Ordo Seclorum ausruft. Zitat Hier ist Cäsar und die gesamte Nachkommenschaft des Julius. All jene, die eines Tages unter die große Himmelsachse, also Dome of the Great Sky, treten, werden. Dies ist der Mann, dies ist er, von dem du oft das Versprechen gehört hast. Augustus Cäsar, Sohn eines Gottes, der erneut ein goldenes Zeitalter in Latium begründen wird. Auf den Fluren, wo einst in früheren Zeiten Saturn geherrscht hat, und er wird das Herrschaftsgebiet über das Volk der Garamanta, das sind Afrikaner, und Inder ausdehnen, weit über die nördlichen und südlichen Gebiete der Sterne des Tierkreises hinaus, über den Weg der Sonne. Ende Zitat Wer soll ein goldenes Zeitalter in Latium begründen? Es ist Rom! Und vergesst hierbei nicht, dass Washington ursprünglich den Namen Rom trug. Ist das nicht unfassbar? Im Mittelpunkt der Apotheose von Washington ist eine Sonnenkugel, der Sonnengott, von dem Augustus Cäsar absorbiert worden sein soll, als sein Körper starb. Von dem höchsten Punkt im Innern des Kapitols erstrahlt von Augustus das goldene Licht nach draußen und nach unten zu dem Nächsten in der Nachkommenschaft des Julius, der vergötterte George Washington. Der Gott Washington besetzt den Richterstuhl des Himmels, das Schwert der Gerechtigkeit eng umschlungen in seiner linken Hand. Sich in dem Sonnenlicht des Augustus des Pontifex Maximus sonnend, herrscht er weit über die nördlichen und südlichen Gebiete der Sterne des Tierkreises hinaus, über den Weg der Sonne. Wie seine caesarianischen Vorfahren ist Washington Gott. Cäsar, Vater seines Landes. Auf der rechten Seite des Vaters sitzt Minerva, die das römische Symbol des Totaliarismus hält, die Lektorenbündel, also die Faschis. Minerva, so erinnern wir, war die jungfräuliche Göttin des heiligen Herzens. Sie war es, die das Herz von Gottes Sohn rettete und es zusammen mit Jupiter im Himmel platzierte. Sie wurde Minerva genannt, wenn sie für ihre Gerechtigkeit und Weisheit gepriesen wurde. Wenn sie für ihre Schönheit und Liebe gepriesen wurde, war Minerva als Venus bekannt, die Himmelskönigin. Sie und Venus wurden oft miteinander identifiziert, so wie die Statuen beider durch die katholische missionarische Anpassung zu Maria umgewidmet worden sind. Minervas beständigste Rolle im alten Heidentum war Dea Benigna, die Mediatrix, die Mittlerin. Sie hörte die Gebete der sündigen Sterblichen und übermittelte sie an Jupiter auf dieselbe Art und Weise, wie von der römischen Maria geglaubt, behauptet, gelehrt, indoktriniert wird, dass sie die katholischen Gebete an Jesus Christus übermittelt. Zum Abschluss der kreisförmigen Komposition um den zur Sonne gemachten Augustus sind 13 Göttinnen im heiratsfähigen Alter. Diese sind die ursprünglichen Staaten. Sie tanzen schwerelos im Raum, ein weißes Banner haltend, das mit der Seele des Gospels von Bacchus beschriftet ist. E Pluribus Unum aus vielen Eins. Eine Weltreligion, eine Weltregierung, eine Weltökonomie, E Pluribus Unum. Über dem Kopf einer jeden Göttin, die für einen Staat steht, schwebt ein magisches weißes Pentagramm. Es ist die grafische Darstellung von Piononus Ubi Primum, das verfügte, dass die Jungfrau Maria, Zitat, aufgestellt worden ist zwischen Christus und seiner Kirche, die Christen immer von Unglücken sowie von den Fallstricken und Angriffen ihrer Feinde erlöst und sie immer vor dem Ruin rettet. Ende Zitat. Ich werde mich nicht weiter vertiefen in die Erläuterung des Freskos. Das würde zu weit führen und wir sind schon ganz schön weit fortgeschritten in diesem Video. Aber ihr könnt hier die tatsächliche römische Gründung des Kapitols nachvollziehen, die im Wesentlichen ein Tempel Jupiters ist, wie auch die Basilika des heiligen Petrus in Rom. Und nun, im Jahr 2015, letztes Jahr, kam Antichrist Papst Franziskus zu seinem Tempel in den Vereinigten Staaten und sprach von dem Podium, umgeben von den Liktorenbündeln, den Faschjahr, zu den Gesetzgebern des Landes. Der König sprach zu seinen Dienern und gab ihnen Anweisungen hinsichtlich der zukünftigen Ziele ihrer politischen Tätigkeit. Antichrist Papst Pius IX schrieb in seinem Diskursi, Zitat, Der Cäsar, der sich jetzt an euch richtet und dem alleine Gehorsam und Treue zukommen. Ende Zitat. Genau das war der Auftritt von Papst Franziskus letztes Jahr im Senat der Vereinigten Staaten und einen Tag später in den Vereinten Nationen. Wenn ihr immer noch nicht begriffen habt, dass Rom eine politische Macht ist und dass alle Präsidenten und Könige und Ministerpräsidenten, alle Herrscher dieser Erde ihm hörig sind, dann kann ich euch inzwischen nicht mehr helfen. Die Schlumpfmütze des jungen Amerikas, die in der Apotheose gezeigt wird, das ist lustig, sieht wirklich aus wie eine Schlumpfmütze, ist eine Kopfbedeckung mit einem Aussehen, das als phrygische Münze Mütze bekannt ist, nicht Münze, phrygische Mütze, Mütze. Übrigens, die kommt auch vor zur Zeit der Französischen Revolution. Phrygien war ein Distrikt im Königreich Pergamon. Wir erinnern uns an Pergamon, weil es war der Mittelpunkt des Transfers der babylonischen Religion westwärts nach Rom. Schaut euch meine Lesungen von Babylon nach Rom von Alexander Hislop an, da kommt das auch drin vor. Pergamon war der Sitz Satans und heute ist er in Berlin nachgebaut. Schöne Marmor. Phrygien ist ein griechisches Wort, das Freeman bedeutet und unser englisches Wort free kommt eigentlich von der ersten selbe free, also P-H-R-Y. Phrygische Mützen wurden befreiten römischen Sklaven übergeben, um ihren neuen Status als Befreite anzuzeigen. Das römische Recht sieht Freiheit als einen bedingten Zustand an. Wenn er einmal durch einen Patron gewährt wurde, konnte er, wenn es einen Grund gab, jederzeit widerrufen werden. Freiheit ist ein Status im römischen Recht, der nur bedingt ist. Freiheit unter der phrygischen Mütze meint Freiheit zum Gefallen Cäsars. Befreite römische Sklaven wurden übrigens Liberti genannt. Und wir erinnern uns doch bitte schön auch mal an Kapitel 8 der Zusammenfassung von Rulers of Evil, wie Ignatius von Loyola diese Freiheit in Sektion 3, 53.1 seiner Exerzitien beschrieb, Zitat Wir müssen unsere eigenen Urteile vollständig beiseite schieben und unseren Geist immer bereit und bedenkenlos halten, um in allen Angelegenheiten der hierarchischen Kirche zu gehorchen. Ende Zitat Natürlich verloren diese Liberti, die kühn genug waren gegen die Befehle ihrer Vorgesetzten aufzubegehren, ihre Freiheit, ganz egal wie verständlich und vernünftig ihr eigenes Urteil auch gewesen sein mag, sie kehrten zurück in die Sklaverei. Und seit dem Aufkommen der februinianischen Staatskirche ist die Rückkehr der protestantischen Liberti oder Protestanten in die Sklaverei methodisch so heimtückisch gewesen, dass diese kaum erkannt worden ist. Die Fesseln sind psychologisch an den Menschen angepasst durch fortschreitende Varianten geistlicher Exerzitien. Wie Aeneas, Anquises, Julius Ascanius und ihre trojanischen Nachfolger sind die meisten Amerikaner tatsächlich freie Menschen unter der phrygischen Mütze frei dazu ihre Individualität der größeren Glorie Roms zu widmen. Jehu, der König der Israeliten im Alten Testament, betete das goldene Kalb an. Ein heiliges römisches Symbol, das im Israel des 10. Jahrhunderts vor Christus durch den Vorgänger Jehus Jerobeam in Mode kam. Jerobeam verleugnete das Gesetz des Gottes der Israeliten und institutionalisierte dafür die Demokratie. Die Demokratie öffnete die israelitische Priesterschaft, zu der ursprünglich ursprünglich durch Javi nur die Familie des Levi berufen waren, einem jeden Bewerber. In der Folge wurde die Priesterschaft Javes von Ungläubigen und Sympathisanten von Fremden infiltriert. Sie bereiteten für Jehu den Weg, sich zu einem freien Menschen unter der phrygischen Mütze zu machen, indem er sich dazu verpflichtete, in allen von seinem vorgesetzten Schalmaneser dem zweiten befohlenen Dingen mit dem Gehorsam eines Verständigen übereinzustimmen. Exakt so, wie es auf dem schwarzen Obelisken eindeutig erkennbar dargestellt ist. Der ist hier ins Video eingeblendet. Das ist ein tatsächlich existierender Artefakt, der den König Jehu aus der Bibel darstellt. Die Bibel ist nicht irgendein Hirngespinst irgendwelcher Leute. Sie ist wahr. Und es gibt Beweise, wie eben auch hier angeführt. diesen Artefakt, diesen schwarzen Obelisten. Der König Jehu, der sich vor seinem Vorgesetzten, dem König Schalmaneser dem zweiten, ein khaldeischer oder babylonischer König, vor ihm in die Knie geht. Als ein direktes Ergebnis der Abkehr Jehus vom Gott der Israeliten begann die Nation der Israeliten auseinander zu fallen. Letztendlich wurde sie durch das caesarianische Rom zerstört, dem legitimen Erben von Schalmanesers Herrschaft über Babylon. Ja, Rom ist Babylon. So wie sie durch Pergamon überliefert ist, im Jahr 70 nach Christus, so wie es Jesus Christus in Matthäus 24 vorhergesagt hat. Und auch Daniel hat es 600 Jahre vorher bereits vorgesagt. Der Lauf durch die Glaubenslehren dieses kosmischen Kampfes ist eine raffinierte Kabbalah, die auch das Konzept des goldenen Kalbs beinhaltet. Hört gut zu, wir kommen zurück auf den Adler vom Anfang dieses Videos. Das Wort Kalb heißt im Hebräischen der Sprache von Jehu und Jerobeam MCS ausgesprochen wie das englische Wort Eagle. Während Jehu seinem Volk Schalmanesers MCSI zur Verehrung gab, hat die kirchliche Miliz die Amerikaner dazu gebracht, Roms goldenen Adler anzubeten, der die Flaggen bei der Pole übersteigt. Könnte es sein, dass wir immer dann, wenn wir dem nationalen Adler Respekt, Zuneigung oder Loyalität bekunden, die Vermessenheit der Anbetung des goldenen Kalbs an den Tag legen und uns so von dem Gott der Bibel entfremden und uns in diesem Vakuum unter die Herrschaft der kirchlichen Miliz begeben? Denkt mal drüber nach. Könnte es sein, dass wir alle betrogen werden, indem wir Dinge machen, die für den Allmächtigen Gott etwas völlig anderes bedeuten und er über unsere Ignoranz seinen Zorn ausschütten wird, weil wir uns nicht die Mühe gemacht haben, die Fakten wahrzunehmen, die vor uns liegen, weil wir uns nicht die Mühe gemacht haben, die Wahrheit zu studieren, die Geschichte zu studieren, die Bibel zu studieren. Es handelt sich bei diesen Bildern um erstaunliches Material. Also, wir sprechen von der Apotheose, der großen Himmelsachse, in verschiedene Teile gegliedert, so wie beschrieben. Und wie so viele Zeugnisse, die in diesem Buch beschrieben werden, die Vormachtstellung der kirchlichen Miliz, die Publikation der Strategien des Zanzu in westlicher Sprache, die Namen, die Zahlen, die Daten, der Ort und die Anordnung der Hauptstadt, die Architektur, die Statuen, die Monumente, Embleme, Fresken und Zeremonien, sie kommen nicht von den Opfern des Betrügers, sondern von dem Betrüger selbst. Es scheint so, als sei das Wesentliche an dem Trick, das Opfer vorher zu warnen, in Worten und Bildern, dass er oder sie hereingelegt werden soll. Eine Betrügerei ist sehr viel süßer, wenn der Betroffene dem Betrug zustimmt. Auf diesem Weg ist das Gewissen des Betrügers rein. Erinnert ihr euch an die verschiedenen Zeichen, die es anscheinend gab auf 9-11, die man hinterher herausgefunden hat, wie zum Beispiel das Bild in der Szene von dem Film Terminator 2, wo er unter der Brücke durchfährt und auf der Brücke oben steht 9-11, das Bild von Bart Simpson, wie er dieses Heft hochhält mit New York 9-11, 9 Cent und so weiter und so weiter, diese ganzen Dinge in Back to the Future, zurück in die Zukunft, diese ganzen Andeutungen von 9-11 da drin, es wird uns immer mitgeteilt. Ob wir es sehen, ist etwas anderes. Aber der Teufel findet die Betrügerei sehr viel süßer, wenn der Betroffene dem Betrug zustimmt, weil er eben nichts dagegen unternimmt. Auf diesem Weg ist das Gewissen des Betrügers rein. Wer ist der Betrüger? Der größte Betrüger ist Satan und der kleinere Betrüger ist sein Gehilfe, derjenige, der das Zeichen von Kain trägt. Das ist übrigens der Name des nächsten Kapitels. Konstantino Bromidi setzte die Dekoration der großen Himmelsachse weiter fort, bis in seine Siebziger. Im Jahre 1879 mit einem Alter von 74 Jahren, als er den Vertrag Pence mit den Indianern auf den Fries der Kuppel malte, fiel er von einem Baugerüst. Herabhängend und baumelnd von 85 Fuß entfernt vom Marmorboden stoppte er, bis Hilfe kam. Er entkam einem tödlichen Sturz, aber der Schock der Erfahrung tötete ihn einige Monate später. Und nächstes Mal fahren wir fort mit Kapitel 24 Das Zeichen des Kein. Da haben wir ja jetzt gut drauf hingearbeitet. Ich hoffe ihr habt was gelernt und es hat euch Spaß gemacht mir zuzuhören, wie es mir Spaß gemacht hat dieses einzulesen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich danke für eure Kommentare und für eure Treue und bis zum nächsten Mal. Jogler 66 von Stunde der Wahrheit. Sagt Gott segne euch, behüte euch und schütze euch auf all euren Wegen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.